Hallo, Mr. Flammo. Ist da? Flammo ist da. Äh, in grün. Und dafür kriegt man ihn hinter den Locken. Du, ich wollte die Tür von der anderen Seite zumocken. Wollt ihr jetzt ihn auf Wolverine machen, oder was? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days Two Day mit mir in den Kabinen, auf mein Dach und, äh, Wunk. Ja. Äh, ja. Ich habe in der Zwischenzeit schon ein paar Sachen vorbereitet, Ugi-technischerweise. Oh, das ist ja schon fertig. Aber wir werden wahrscheinlich noch mit der Karre fahren müssen, Ugi dauert noch ein bisschen. Ganze zwei Minuten. Wollen wir die noch warten zwei Minuten denn mit Ugi? Verdammt. Das ist eine friedliche Gegend hier. Das bewegt sich ja auch nicht. Was ist ein Warnschuss? Oh, ein Bug. Oh, das ist eine Pflanze? Aber es bewegt sich doch. Gut, das Gras bewegt sich auch, aber. Ich behalte dich im Auge, du Penner. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. So. Fertig. Hey, cool. Was nicht so cool ist, Benzin. So, ja, ganz heiß. Aber das ist jetzt nicht, was ich meinte. Ja, das ist nicht viel. Ja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ich hoffe, wir bekommen bald eine Quest Richtung Wüste. Total scheiße, aber ich brauche die. Komm, ich nehme das Wille halt mit. Eine Narre-Pistole brauche ich jetzt nicht. Aber ja, wir sind gleich weg, Alter. Ich kriege gleich so ein Bart. Also, wenn ich... Nee, das ist falsch. Ich habe ja schon einen. Also, wenn ich keinen hätte, würde ich jetzt einen Bart kriegen. So. Da ist er. Ich habe so, Wille. Ich habe dich vermisst. Du heute Schönheit. Äh. Falscher Weg. Wuschi. Also, schon hängst du mit deinen Hintern immer in die Gesicht. So, äh. Raus mit dir. An die frische Luft. Und dann zack, bumms. Endlich gefesten. Ey, ich bin... Wie gesagt, ich bin hier schon die ganze Zeit unterwegs. Äh, ist, äh... Ist das doof ist? Ich muss nachher nochmal... Wird ich wahrscheinlich auch vielleicht machen oder so. Ist das noch nicht. Je nachdem, wie viele... Wenn ich hier rauskomme! Zwei Stunden später. Äh. Ich muss ja noch einen Nitrat sammeln. Munitionstechnischerweise. Was ist denn hier los? Warum soll ich gerade sagen? Bin ich so fett geworden? Aber ich bin ja hier schon eh vier Sekunden zu Hause, also. Weiß ich nicht. Mitten in der Wald, mitten in der Wald. Oh, mitten in der Wald, mitten in der Wald. Oh. Mitten in der Wald, mitten in der Wald, mitten in der Wald. Mitten in Wald. was. Ist ja egal. Hauptsache, die Bezahlung stimmt. So, dann kurz mal Nase jucken. Ja, doof, wenn sie mir stört während der Operation. Wir gehen nämlich hier gerade ein bisschen chirurgisch vor. Beziehungsweise, versucht. Wir wissen alle, dass es nicht funktioniert. So. Was für ein Loch. Oh. Hallo. Ich bin's. Ich soll hier nochmal aufräumen. Tut mir sorry, dass ich auf den Sack gehe, aber es wird so verlangt, also tu ich das auch. Ich Idiot. Ich sag mal, Bolzenfallen heute aus. Oh mein Gott. Ich hab falsch hergestellt. Ich wollte schnell machen. Tut mir sorry. Kann nochmal passieren, oder? Verdammt. Es hat keiner gesehen. Schnell mal ablenken. Ich wurde immer ein bisschen hier rum, war, als das ja... Ui. Hoffentlich krieg ich hier noch einen Zwiebolzen. Ich könnte hier einen Zwiebolzen gebrauchen. Hallo. Habt ihr einen Zwiebolzen oder so? Hallo. Ich hoffe, es wäre jetzt so doof, wenn er da durchbricht. Hätte ich jetzt was dagegen. Das wäre aber ein super Go, wenn ich jetzt aufgekloppt hätte und da wäre wirklich noch ein Zombie drin. Wer einer... Ich weiß nicht, was ich denn dazu sagen würde. Wahrscheinlich so weit mit Shit oder so. Und fucking K. Oh. Äh. Ach so, Rombo. Hallo. Wie ist da Rombo? Moment mal. Ich hab doch jetzt die 3 gedrückt. Daun. Ich buddl mir hier durch. Ein kleiner Lohi. Oh. Oh. Das hassen die. Hallo, Mr. Flambo. Siehst du? Flambo ist da. Äh. In grün. Ich mach die Tür zu. Ich geh nach Hause. Hab ich nachgeladen? Ja, hab ich. Ab. Du siehst schimmlig aus, Alter. Was ist denn das für eine Kombination? Hab ich auch noch nie gesehen. Ist das pervers, wenn ich jetzt Hunger hab? Hmhm. Kontinuos. Oh, was haben wir denn? Ist die hier irgendwas? Jetzt sieht schon cool aus. Jetzt sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Weiß wo. Hier. Äh. Das ist doch draußen. Hallo. Wie denn jetzt nun? Hä? Wie geht ein Liter? Was geht denn hier ab? Was geht? Äh. Moment mal. Da hab ich letzt mal ja nie mit dir noch mal. Hallo. You are Kiste? Was wo? Hallo, Rombo will sich durchbuddeln, oder was? Die Munition. Tatsache. Er will sich durchbuddeln. Nein, lass ihn mal. Wenn er Spaß hat. Hallo. Er bin ich. Den zu sagen, nee, du durfst du nicht. Hallo? Gut, hier scheint wohl keiner zu sehen. Hier seid ich. Ich trau dir ja in der Schose nicht. Dass ich hier irgendwann mal... Ach, hier ist ja keiner. Und dann zack, bumm's. Krieg ich ihn auf der 12. Nee, das sitzt ja auch nicht. Warum hab ich das gemacht? Ich wies das nicht. Ist das jetzt bloß so, oder? Ich hätt da schon dran versteckt. Nee, das ist auch von nebenan. Oder? Ich glaube, das ist von nebenan. Das kann ich mir sparen. Was war dir das da? Hallo? Hallo? Nee. Also, normalerweise hätte ich hier jetzt nicht jemanden erwartet. Außer hier diesen... Mit leichter Verstimmung. Er sollte mal versuchen. Alka, seltsam. Durchziehen. Ist jetzt die Wiese. Hätt schon die Orientierung verloren. Hauze! Uh, Rocker! Na ja, gut. Es geht ne Beleidigung, aber... Keine Ahnung. So. Ne Tasche. Hat sich richtig gelohnt. Wow. Jetzt können wir aufhören. Jetzt hab ich alt erreicht. Nachladen, dass es besser war. Oh ja! Den werd ich mal gleich in der Zwischenruhe nehmen. Das ist ja meinetig, wie es... Und dafür kriegt gleich mal ihn hinter den Locken. Moment, das war ein F7. Vielleicht auch nicht. Verstehen die keinen Spaß? sie sind da weiter ich zwingt mein bartler in den nase an zu jucken also sehr sehr unangenehm die werden so oder so irgendwann mal hier durchbrechen dann kann ich mir auch zeit lassen schließt einfach bloß die türen das ist doch gut junge mir bekannt vor jetzt weiß ich warum kommen sie kommen sie ich habe es nicke sachen lauter kleine spitze sachen eigentlich nicke nicht aber klein und spitz ja gut nehme ich mal so war der ist durch oder er hat hilfe wo sie sehen mich du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht lebend oder vielleicht doch bin mir noch nicht so sicher scheint aber nicht der fall zu sehen ich bin froh dass diesmal kein kotzer ist weiß was der immer ist müsse nicht spuckt damit körner sehr fähig also bis jetzt kann ich bloß hoffen dass da oben der geilste scheiß drin liegt oder dass die belohnung richtig geil ist wir wo es da schmack auf hat immer katzenfutter gesagt ist ab olypse dürfte nie wieder erstellen Seid mal so, wa? Ach, schön, mach eine Tasche an, du. Nimm deine Beine runter! Ih! Die ist doch schon tot, die Alte. Ich könnte ein bisschen was Mühe geben und so. Oh. Äh. Warten sie mal kurz. Ich muss mal kurz hier sortieren. Na, das kann ja was werden. Wir sind noch nicht mal oben. Noch nicht mal annähert. Aber, gut, ich hab nachgeladen. Was soll passieren? Upsi. Nee, die kommen bloß von da. Hier bin ich. Boah, Alter, die ist okay. Ich schieß hier das mal daneben. Schon ein bisschen Ding. Gut, äh, na, oh, Nahrung. Da werden gleich ein paar Plätze. Ey. Und solange die da noch an der Tür irgendwie beschäftigt ist, dann muss ich irgendwo gegenrennen. Ich glaube, jetzt hat sie geschafft. Und ich sollte mal kurz mich mal ein bisschen... Was ist das? Was soll ich grad sagen? Ich muss mich mal kurz ein bisschen hochheilen. Ich hab sowas dafür, ich könnte das Leben bald brauchen. Was soll ich denn nachher? Will er da jetzt nicht auf dem Weg zurück oder so einsammeln? Ich, Idiot. Ich hoffe, dass die Piepsies nicht hier die Tür hat haben, gerade. Wie gesagt, da haben wir ja eben zwei Stücken. Die Flügel. Was ist denn jetzt mal weg? Er hat es mitgekriegt. Das sind drei. Wo soll ich dich denn treffen, Junge? Äh, wie? Ach so. So soll ich dich also treffen. Einfach. Ruhe da. Den billigen Plätzen. Hast du was da oben versteckt? Gut. Das ist eine Beschäftigung für Kabi. Oh, das ist ja wirklich was. Das ist Müll. Es ist Müll. Das ist ja Müll. Oh, das ist... Ne, gut. Jetzt wird ich... Ne, gut. Ihr kennt es ja. Hallo. Gut. Äh, ich glaube, das war hier der... ... schöne Platz, wo ich immer schön nachladen muss. Nichts. Ich mach's gut, dass ich da drin bin. Es ist total Müllisch wieder. Mein Arsch, ich mich da an. Gut. Mach' Nee. Ja? Ich mach's jetzt. Ich muss aufs Klo. In Sandris, Petrus, ich schlage mich zum Domino. Knochen. Du. Hüßt, hüßt. Und? Wäre jetzt nett, wenn da ein bestimmtes Buch drin wäre. Ach. Warte. Ich nab da neben. Ja, ja. Ich lese es aber trotzdem vorbei. Oh. Was haben wir denn da? La Daja und La Daja. Mit mir. Ja, beschämend, Alter. Hier brauchst du ja nicht mehr nennen. Uiuiui. Da komm ich gleich ran. Wird ja sein können. Wir müssen mal hier um die Ecke markieren. Oh, weiter geht nicht. Wow, hat sie ja richtig gelohnt. War ja voll der Reiber. Boah, das sind aber geloffene. Aber Munition macht's. Okay. Hier jetzt. Was will hier diesmal? Hat letztes Mal schon nicht geklappt und jetzt sollt... Oh, muss ich nicht verstehen. Aber letztes Mal scheiße. Ist es diesmal scheiße. Ich meine, natürlich hat nicht wusen. Nichts. Pipi-Wasser. Nachladen. Und durch. Ich wollte die Tür von der anderen Seite zumachen. Aber so hielt das auch. Munition! Angru! Damit haben sie nicht gerechnet. Okay? Tut mir sorry. Auf jeden Fall sehen. Uiuiui. Es waren aber Einsweiz. Also war schon... War schon schwierig. Es ist niemals so vieles. Wieso? Ich hab mit denen es wieder gerechnet, aber... Man kann's auch übertreiben. So. Ich warte. Ich bin ja fast hier duldig. Ah ja gut. Jetzt brauch ich auch nicht mehr einen Rennen. Nimm deinen Fuß weg! Du lebst gefährlich! Und dass ich jetzt gedacht... Nein, die... Oder ist nicht? Nischt! Ja... Ich krieg's! Hier ist so viel Platz, aber das... Es lohnt sich vielleicht erst da oben. Oh, Fiktor. Wenn nicht, dann ist das wirklich mal hoch bis jetzt. Ich hab bis jetzt noch nicht den geilen Scheiß gefunden, wo ich sage... Hui! Aber es kann sich ja alles noch ändern. Hoffe ich. Ich hoffe halt immer noch. Also, Hoffnung stoppt ja zuletzt, aber... Man weiß ja nicht. Warte mal. Ich mach mal hier so... Versuch mal hier so... Den zuerst wegzukriegen. Interessiert ihr ihm aber nicht? Nicht die Bohne? Noch eins. Noch zwei. Wissen bitte, wollte er jetzt eh ein Urkoholverin machen, oder was? Oh, das ist hier sehen, als ob er Anlauf nehmen wollte. Der wollte uns bestimmt was tun. Der hat das nicht gut... Also, absichtmäßig war... Down. Und zum Glück darf ich noch mal nachhören. Jetzt war gut, dass ich die ganze Munition mit dir noch mal hab. Naja, gut. Ich wollte ja so oder so wechseln. Haha. Oh. Oh. Nicht meins. Es war bloß ne Frage. dass sie... Äh, also... Dass sie kommt. Also... Ich hab mit dir rechnet. Aber nein. Dass die nicht so schnell hier hochkommt. Nein, ich bin nicht da. Nein. Es ist niemand zu Hause. Gehen sie weiter. Es gibt nichts zu sehen. Sprich mit der Hand. Oh. Naja, gut. Ja, ist doch gut, Mädel. Jetzt hab ich jeden oder zwei Mal, ja, ein bisschen doll rumgeballert. Das ist aber nur kein Grund, hier rumzuschreien. Ich wollte gerade sagen, die hört auf uns. Ich brauche eigentlich bloß nachladen, runterrennen, rumballern, abhauen. Das sollte ich hinkriegen. Glaube ich. Ich bin der Meinung, dass ich das schade. Also, hoffe ich. Ist natürlich eine Frage, wie schnell das Ding hier auf ihn tut. Und siehst du, das funktioniert immer wieder. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Was die hier alles verstecken. Das haben die hier eingeschlossen. In Sicherheitstresor mit Nummernschild und so, ne? Na gut. Ich weiß nicht, wieso. Aber wir sind hier in den USA. Ja, es wird schon irgendeinen Grund haben. Gut, ich glaube, ich habe nicht so viel Zeit alt, nach und nach unten nachträglich einzusammeln. Aber eigentlich sollte ich mir die Zeit nehmen. Ist natürlich auch ein bisschen doof, wenn man mit der Maus am Fett heimbleiben tut. Die sind aber noch nie so jans. Die ist noch auf der Suche. Blöde Kuh. Dürfte nicht geschrien haben. Ja, ne, ist klar. Sie hat mich doch ja nicht gesehen. Oder ist das andere? Ist doch Schiebung, was ist da? Roshi! Rette mich, du keine Hamfritter! Weg hier! Und wenn du jetzt ihn umfahren tust, bin ich dir böse. Wir drehen mal eine extra Runde. Und ein bisschen anheben. Ei, 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 ei. Na ja, gut, wa? Haben wir ja gut geschafft. So, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, wie weit wir schon sind, aber ich sehe ja nichts. Ist ja hier alles neblig. Und so. Ist das eine Suppe hier? Ist ja krass, das ist das. Na gut, das sind 200, 300 Meter nur entfernt. Und meine Nase fängt an zu jucken. Also, kribbelmäßig niesen. Uah, das ist nicht gut, ist das. Warte mal, ich muss nochmal hier landen, wo dann das Ziel erreicht. Warte, wehe. Also, das muss ich gelohnt haben. Also, es war munitionsmäßig ein wenig intensiver. Gut, ich hab da gut mit bei zugetragen, dass es so ist. Aber hallo. Ich will ja auch ein bisschen schreien. Ist das jetzt, kriegt das jetzt so oder kommt da noch was? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich hab da, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr Munition verbraucht, als das, was ich jetzt kriege, wert ist. Würde ich jetzt sagen. Naja, gut. Wann wächst mit die Anforderungen über sich hinaus? Und ich nehme ich für die Seelen, den Bohrer, den ich dann irgendwann mal besser kriege. und ich hab mich auch schon überholt. Ne, deshalb hab ich mir auch überholt. Jen, ich mag deinen Humor nicht. ähm, ich nehme das. Weil da ist wahrscheinlich auch Munition für das das hat darin, ne? Das hat ja, das ist eine gute Idee. Ich werde das mal tun. Und schmeiß jetzt mal die Hälfte weg. Kein Problem, das war ja bloß, das war ja bloß die Kiste. Jut. Okay, halt mal fest. Es war, will er, ne Quest. Kann man machen. Muss man nicht. Ich bin jetzt, Alter, die sind alle zu weit entfernt, wa? Das ist gut. Aber erst mal machen wir hier, äh, wir suchen die nächsten Händler. Vier Kilometer entfernt. Äh, äh, ähm, you know, Apocalypse, Hygiene und all. Ne, warte mal, wo, wo geht denn hin? Da lang. Oh, ich muss da lang. Fünf, ne, das ist ja die, äh, gut. Schauen wir mal an die nächste nach. Äh, also, morgen würde ich mal sagen, Händler, denn, fünf Kilometer Quest. Wir werden aber bei den neuen Händlern, also, ob das ein neuer Händler ist, oder der ältere, Händler, den wir schon hatten, wir werden auf jeden Fall nochmal eine Quest annehmen. Dann haben wir zwei und die können wir dann gleichzeitig schön abarbeiten. Klug, das ist ne gute Idee. Na ja, gut, war heute ne Quest gemacht. Uschi hier steht vor der Tür. Was willst du mehr? Audition. Auf dem Audition mehr. Ja, geht willst du. Ach, ist ja schön. Na gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Macht euch einen schönen Tag. Äh, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss, mit wem嘛, immer kurz. Ja,